Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 auch in diesem Jahr wieder mit zusätzlicher Achtsamkeit zu begehen. Nur mit Achtsamkeit und Solidarität können wir das Virus endgültig. Die Nächstenliebe sind Grundlage für ein gutes Zusammenleben aller Menschen in unserem Land. Dieses gute Miteinander müssen wir pflegen und noch viel öfter auch öffentlich.